Tag Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Warum ich so strahle, seht ihr hier. Das ist die TerraScout, wir haben sie ausgepackt für euch und getestet. Es ist so ein geiles Teil. Es ist ein Blaster, es ist ein ferngesteuertes Auto, es ist einfach richtig geil. Guckt euch das Video an und zur Info, es gibt auch noch ein Gewinnspiel. So, Pappe. Pappe, TerraScout, Teil 1. Ja, das alles ist da drinne und jetzt ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so groß ist. Ich schaue mir mal gerade so ein bisschen die Bedienungsanleitung an, weil es war nicht ganz günstig und darum will ich auch nichts kaputt machen. Also hier ist ein Akku bei, der läuft mit Akkus und den muss man vorher laden hiermit. Mit diesem Anschluss. Aber das ist nicht ganz der Anschluss, den wir hier in Deutschland haben. Also da braucht ihr auf jeden Fall einen Adapter für EU-Steckdosen. Dann könnt ihr das hier einfach reinstecken und dann läuft das. Also ihr müsst einen Adapter haben, sonst funktioniert der nicht. Wenn der so jetzt nicht irgendwann mal in Deutschland erscheint, wenn ihr euch den jetzt aus Amerika holt. Gut, hier ganz einfach reinstecken und laden lassen. Aber das nimmt jetzt nur Platz weg. Wo kommt das Ding hin? Ah, unten drunter. Kann dann aufgemacht werden. Und dann kommt dieser Akku hier rein. Ist ein 9,6 Volt. 1500 Milliampere. Den stecken wir jetzt einfach mal hier rein. Und zwar so kann er nachher da rein. Also hier sitzt er fest drin. Und dann schrauben wir jetzt erstmal die Klappe zu. Wir müssen ja jetzt erst dieses Oberteil hier dran kriegen. Und jetzt ist hier auch noch ein Kabel. Und hier ist ein Kabel. Verbinden wir das Ganze mal miteinander. So, das passt also auch nur einmal. So, und zwar hier. So, jetzt könnt ihr das. So, guck mal. Ihr lasst das hier so draufklacken. Und dann könnt ihr das so nach vorne schieben. Und dann ist er fest. Ihr kriegt das. Oh, jetzt habe ich ihn angemacht. Ah, aus. Ah. Keine Ahnung. Er ist fest. Gut. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Hol ich mal das Magazin. Ich weiß gar nicht, was das für ein Magazin ist. Ein 18er. Ist es ein ganz normales Magazin? Oder hat es irgendwelche Besonderheiten? Nee, es ist ein ganz normales 18er Magazin. Also werden auch die anderen Magazine reinpassen. Wie das Trommelmagazin. Was wir auch gleich ausprobieren werden. Einfach hier rein. Genau, das ist fest. Hier habt ihr den Knopf, um das zu lösen. Genau. Ich dachte schon, jetzt geht es nicht. So, das ist fest. Boah, ey. Ist das ein geiles Teil, ey. Das ist eine Größe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal... Der Muff war cool. Jetzt gucken wir uns erstmal die Fernbedienung an. Dafür müssen auch noch Batterien rein. Hier unten ist das Fach, was einfach nur durch eine Schraube befestigt ist. Dann haben wir vier AA-Batterien, die hier reinkommen. Ihr könnt auch Akkubatterien nehmen, aber es sollten 1,5er Batterien sein. Jetzt kann das Vieh auch noch aufnehmen. Also, das hat hier eine extra Kamera drin. Ihr könnt da jetzt nicht nur durch gucken, sondern auch das gleich aufnehmen. Und zwar braucht ihr hier eine SD-Karte, die hier oben reinkommt. Ich muss euch das mal so zeigen. Da ist so eine Gummitülle. So ein bisschen Spritzwasser geschützt, denke ich. Wo das dann hier oben einfach reinklickt. Ich zeige euch das mal eben so. Boah, ist das so ein großes Ding, ey. Da ist das Ding. So, Klappe zu. Und jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich richtig Bock. Ich mache das alles hier weg. Ich will jetzt anfangen. Weg, weg, weg. Also. An. So, machen wir das hier. Ah. Also. Oh, geil. Ihr müsst hier den Einkopf von der Fernbedienung. Hier ist so eine Klappe. Von der Fernbedienung. Hier lange drücken. Jetzt habe ich so ein Bildschirm, wo die Terrascout und die Fernbedienung zusammen ist. Jetzt müssen die auf dem selben Signal laufen. Auf Signal 2. Habe ich die jetzt einfach mal hingestellt. Oh, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Los, jetzt verbinde dich. Jetzt ist die Terrascout wieder aus. Ich glaube es nicht. Los, ich jetzt. Geil. Läuft. So. Ähm. Die Funktion. Ich denke mal. Geil. Geil. Vor, zurück. Okay. Ich will jetzt das Ding hier heben. Ne. Das schießen bestimmt. Ah. Ne. Da ist. Und ich sehe alles im Bildschirm. Ist das geil. Warte. Geil. Das ist so geil, Alter. Wie geil ist das denn? Soll ich euch mal was verraten? Thomas, du weißt ja jetzt. Es tut mir leid. Aber das muss ich jetzt machen. Wir waren gerade auf Instagram live. Das machen wir jetzt die letzte Zeit. Das ist echt cool. Und da haben die Leute gefragt, wann verlost ihr immer wieder was? Und ganz ehrlich. Thomas weiß davon nichts. Der guckt mich gerade mit so welchen Augen an. Das ist voll geil. Ich verlose das Ding. Ich verlose wirklich das Teil. Die Terrascout. Die ist so geil. Ey, das ist mega cool. Ich sehe mich gerade selber. Ne, aber jetzt nicht schießen. Aber wir müssen so ein bisschen, äh. Ja, weiß ich nicht. Wie wollen wir das machen? Die gibt es nicht einfach so. Wir haben jetzt ja ungefähr, wie viel? Vier und halb. Vier und halb tausend Abonnenten bei YouTube. Wir machen das so. Wenn wir, boah, Thomas, der guckt mich an, ey. Das ist so geil. Bis zum 31.07. Sagen wir jetzt mal. 10.000 Abonnenten haben. Ich sag, ohne Scheiß. Wir machen das wirklich. Okay. Wir brauchen eure Unterstützung dafür. Aber wenn wir das schaffen, machen wir auch was für euch. Also ihr kriegt wirklich das Ding. Sogar Hand unterschrieben von der ganzen ONC-Vorstand-Community. Ihr bekommt das Ding. Doch, echt. Also 10.000 Abonnenten, wenn wir die geknackt haben. Am 31.07. Okay, wenn es 9.999 sind, machen wir das trotzdem. Ich mach das, ey. Thomas ist gerade voll sauer. Der guckt echt gerade. Ich muss mich gerade hier so ein bisschen wehren. Nein, wir machen das. Aber teilnehmen könnt ihr, wenn ihr das Video kommentiert. Also das reicht schon. Ihr braucht nur kommentieren. Und irgendwie müssen wir das hinkriegen. Also ich hab da echt Bock drauf, euch das auch zu verlosen. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also ich hab da Bock drauf. Mit Thomas muss ich das gleich noch ein bisschen klären. Aber das krieg ich schon hin. Juhu, geiles Vieh. Aber jetzt zeigen wir euch die Terrascourt nochmal in Nahen und wie sie rumfährt. Weil ich hab auch Bock, mit der rumzufahren. Und ja, los geht's. Ja, die Fernbedienung zeigen wir euch gleich nochmal. Jetzt zeig ich mal erstmal, wie das Ding fährt. Das ist so geil. Wir haben hier vorne so ein bisschen was hingestellt. So, und nein, zu weit. Da. Also das Ding ist richtig flott unterwegs. Also das geht ab wie die Hölle. Bisschen nach da. Und. Alter, feuert das Ding aus. Gehen wir noch ein Stückchen nach hinten. Oh. Oh. So. Das geht nicht. Machen wir das. Hallo? Zieht aber ein bisschen nach links. Das gibt's doch gar nicht. Noch weiter nach hinten. Das ist... Das ist... Ich treff's nicht. Jetzt ist das leer. Scheiß drauf. So, das geht auch. Jetzt muss ich ja ein bisschen hoch. Oh, das war zu weit. Also die Kamera ist sehr langsam. Gucken, was jetzt passiert. Yeah. Geil. Geh noch ein Stückchen tiefer. Oh. Alter, da sitzt aber auch Feuer hinter. Höher. Ja, voll getroffen aufs Schwarze. Wuhu. Obwohl, ähm... Das hier jetzt auf dem Display echt nicht so angezeigt wird, ne? Da, wo er trifft und wo er hinschießt. Oh, scheiß drauf. Macht mega Fun. Nein, ich wollte drehen. So. Und... Aber zur Funktion, also der kann, äh, vorwärts, rückwärts, nach links drehen, nach rechts drehen. Ne? Hier oben das, äh, nach oben fahren. Oh. Nach unten fahren. Okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Ja, und halt schießen. Ist eigentlich sehr geil gemacht. Also, sehr einfach. Die, die... Das Design ist auch sehr cool. Was wir jetzt einfach mal machen, ist, äh, auf der Tactical Rail, fangen wir jetzt mal an, äh, was dran zu bauen. Während Thomas jetzt gerade noch was macht. Also, äh, das passt. So, das sieht schon mal ganz geil aus. Hier unten kann auch was dran, ne? Was machen wir da denn mal dran? Äh, dann machen wir mal die Taschenlampe dran. Boah, richtig geil. Sieht das FIA noch geiler aus. Also, das kleine 18er. Legen wir mal an die Seite. Und, äh, nehmen wir mal das große hier. So, jetzt sieht es doch mal aus wie ein, wie eine Terrascout. So, Position. Also, Bildschirm. Ob da jetzt nicht gesehen, ne? Aber das zeige ich nachher nochmal. Äh, so, nach oben. Oh, zu weit. Noch ein Stückchen tiefer. Also, damit anschleichen ist auch ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen laut. Aber. Yeah. Ungeschossen. So. Oh, Latte. Oh, die gehen überall hin. Nur nicht da, wo sie hin sollen. Wieso ein bisschen, dass ich fühle. Ähm. Nein, das macht so einen Fun, ey. Das ist unglaublich. Warum bringen die das Ding nicht hier nach Deutschland? Nein. Nein, mach das doch nicht nach unten. Oh, wo schieße ich denn hin? Oh, noch schlimmer. Wie man das jetzt vielleicht sieht, haben wir ja unten die Taschenlampe. Oben haben wir dieses grüne Modulus Anbau-Kit. Ich probiere mal zu schießen. Äh, sieht man das? Äh, sie, ja. So in der Mitte davon. Da kommt es an. Ja, so da, wo es Licht ist. Ja, doch. Da, wo es Licht ist, ähm, da wird hingeschossen. Ja, so seht ihr, wie groß diese Terrascord ist. Also, das ist unglaublich. Also, ich habe wirklich große Hände, aber das ist unglaublich. Wie gesagt, hier oben sind die Tactical Rails. Die sind, ähm, ja, was so ein bisschen doof ist. Es sind zwei Stück, aber hier ist so eine Trennwand zwischen. Also, ihr könnt es nicht bis hierhin durchschieben. Hier ist auch nirgendwo, ähm, ja, so eine Feder drin. Also, das tun wir jetzt erstmal weg. Dann haben wir hier unten die Tactical Rail. Ne, die ist wirklich super. Geht wunderbar. Da kann man gar nicht gegen sagen. Ja, zum oberen Bereich. Was soll man hier sagen? Also, das ist alles Plastik. Hier ist natürlich, äh, für die Pfeile, wenn einer feststecken sollte, kommt man hier dran. Ans Magazin. So, dann drehen wir das Ganze einmal um. Dann haben wir hier den Magazinauswurf, was ich vorhin schon sagte. Gibt es hier oben. Und hier noch eine Besonderheit. Hier. Jetzt könnt ihr, wenn ihr das wollt, haltet euch fest. Aus Platzgründen. So, hier dran stecken. Also, das ist auch wirklich fest. Das fällt so jetzt erstmal auch nicht ab. Also, wirklich, das ist dann viel, viel kompakter, als wenn er die irgendwo lagert. So, geht auch ganz einfach raus. Hier kommen halt die Darts raus. Hier können sogar noch Einbauteile dran, sehe ich gerade. Das probieren wir auch gleich aus. Wie gesagt, ob es jetzt aussieht oder nicht, das können wir später entscheiden. Aber passend tut es. Auf jeden Fall. Das geht. Nicht, dass es die Kamera versperrt. Ja, das versperrt nämlich die Kamera hier. Ich kann nochmal einmal versuchen, das aufzunehmen. Nur ganz schnell. Genau. Oh, ganz krass. Ganz übel. Wie er das jetzt... Das ist jetzt ein bisschen doof. Sieht man das? Hier ist das Feld und hier ist das orangene Teil schon. Das ist kacke. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Also, das Verlängerungsbauteil kann man leider nicht montieren. Nein, okay. Ja, so. Aber alle anderen auf jeden Fall. Gut, kommen wir zur Kamera. Wie gesagt, die sitzt hier. Also, hier vorne. Das hier ist... Das ist eigentlich gar nichts. Ich weiß gar nicht, was es da soll. Ja, das ist die Fernbedienung mit Vor und Zurück, links und rechts. Hier drückt man einmal kurz drauf. Dann wird aufgenommen. Dann blinkt hier oben das Rack-Zeichen. Hier kann man in verschiedenen Kanälen fahren. Wenn man jetzt zum Beispiel mit vier verschiedenen Terrascores auf einem Feld spielt, müssen halt vier verschiedene Frequenzen eingestellt werden. Das muss beachtet werden. So, jetzt nehmen wir die Aufnahme einmal zu Ende. Dann haben wir hier hinten noch zwei Knöpfe. Einmal, das ist dieser hier, um die Drohne hoch und runter fahren zu lassen. Das ist ein Kippschalter. Und hier, das ist ein einfacher Button. Den kann man halten. Und dann fangen die Flyreads an zu drehen. Ja, hier. Das ist Gummi. Die Räder. Also, das ist irgendwie so ein China-Hartplastik-Gummi. Das funktioniert. Wie gesagt, Federn hat es hier nicht. Leider. Hier ist der RAM-Schutz. Der auch sehr stabil ist. Der auch wirklich so ein bisschen die Terrascores schützt. Hier hinten haben wir den Anschaltknopf. Und halt hier auch für die Frequenz zum Einstellen. Im Großen und Ganzen war es das. Außer halt hier mit dem Batteriefach vom Akku. Das kommt hier rein. Die Speicherkarte kommt hier rein, wenn man es sieht. Hier. Mehr braucht man zu dem Teil eigentlich gar nicht sagen. Außer, dass es richtig geil ist. Und jetzt versuche ich nochmal einmal den Kopf abzunehmen. Das geht aber leider nicht. Schade eigentlich. Gerade für den Transport wäre es cool gewesen. Ne, das hat so eingeklickt. Ne. Also das kriegt man hier oben ohne Gewalt jetzt erstmal nicht los. Aber braucht man ja eigentlich auch nicht. Wenn man das Magazin wieder abnimmt, spart es ja schon relativ viel Platz. Es ist unglaublich. Das ist Kinderspielzeug auf ganz hohem Niveau. Wo echt Erwachsene noch viel mehr Spaß haben. Das ist unglaublich. Also dass es so geil ist, hätte ich nicht gedacht. Macht echt mega Fun. Euch hat das Video gefallen? Darum klickt hier oben, um uns zu abonnieren und auch kein weiteres Video zu verpassen. Oder schaut hier noch beim Videovorschlag vorbei. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Battle oder im nächsten Video. Bis dahin Leute. Ciao.